Das ist somebody I used to know Willkommen zurück zur nächsten Ganz ehrlich, ich hasse dieses Spiel langsam Ich hasse sie Ich muss da mal jemand reinkommen, aber die Traps ist krass Ja, das ist ja klar, das ist eine Art Doppis-Avon-Rein-Trump Oh, ich muss sicher auf Radio Lissandros Ich muss nach Verlangen, so ich muss wissen, ob es einen Problem ist auf der Risen Kupfer und rausgekommen Das ist die Zeit Das ist die Zeit Ich muss die Position von der Front oder von der Back auf Land oder von See oder von bothen Direktions Ich führe die Coupanen. Also wenn ich die Bank überfälle, ist die Geduld und lange, also viel Zeit nicht. Niko auf Platz 3, wir armen immer noch auf Platz 4. Ich fahre hier auch keinen. Ich bin dabei, auf meine Leute zu töten. Ich helfe Niko langsam auf Platz 2. Niko nimmt einen Umweg. Wer relativ effektiv ist, jetzt auf Platz 2. Ist wieder auf Platz 4, weil ganz woanders hinter ist. 3. Wir hören den Platz 2. Wer wird sich die Kronen holen? Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Straße, wo geht's denn? Ja. Also Niko ist so irgendwie disqualifiziert. Jure 3 ist da auch gerade durch die Gegend. Ist keiner! Wenn ich vielleicht noch was nachschauen musste. Von aus wir sind in einem Video gesehen, deswegen wollte ich dann mal schnell hinfahren. Neuer hat den 1. Platz gelegt. Randon den 2. Mavid den 3. Oder schafft es Niko nachher Mavid vorbei? Klar, ich bin schon fast da. Wo bin ich woanders hingefahren bin. Fuck. Fuck. Ich werde Hilfe gebrauchen. Marvin, komm mal zu mir. Er ist fest, randomkiller. Marvin, komm mal zu mir hin. Ich bin auf reinfang. Komm mal raus, ich bin hier hinten irgendwo da. A-Taz steht. Boah, du scheiß Kartenhof, renn noch da und nicht rein. Ich guck deswegen hab ich nämlich zu mir. der hinter dem haben gestern beim armen was passiert ist um ein gott auf die schnauze wir haben der wunsch Wer hat uns im Raketenwerfer abgeschossen? Der Heli vielleicht? Weißt du was? Boah ich hasse dieses Kackspiel langsam ganz ehrlich Alter ich bin Stone weißt du Ich bin vor euch im Raketenwerfer Was ist mit dem Raketenwerfer? Die mit einem von euch Ich hab alle Waffen Ich hab alle Waffen und überall volle Munition Ja nimm mal den Raketenwerfer und baller den mal herunter Ja deswegen den Molenk rakiert und baller den dann damit runter Marvin lass mich mal deinen Wagen nehmen Ja mein Fahrzeug ist weg Ja Pum Dann bestellen dir wieder Hallo this is Morse Mutual Insurance Marvin's Wagen Lass mich mal fahren Marvin bitte Nein 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 Alle drin? Wie solltest du das erste mal den Heli weg holen? Marvin verdicken wollen Ich will halt ein bisschen Sneaky ankommen Also da schlossen Hallo Marvin Wui shit Na egal gibt mir das heute Deswegen wollte ich von Nein jetzt sneaken wir uns ja schon an der Cover an ja Wie so Special Forces Scheiß das haben wir sie eh schon verkackt Wir müssen da rein sofort zum Heli fahren Weil du einen gefanzerten Wagen hast Die da hinten abschließt Aber nein Hab den Heli Ich wollte mich hier nicht fahren lassen Ich bin unterwegs zum Heli Bis wir uns die ganz durchkämpfen Marvin jetzt hol deinen Wagen Ich hab keinen Bock jetzt hier alles zu abmessen Ich kenne grad meinen Wagen nicht holen aber nur können wir durchführen ich habe gar nicht mehr wasser war wir haben uns es sei denn ich werde es da hinkommen ich hoffe sie nicht bis davor gleich so optimistisch ich will es hoher bleibt ja draußen stehen was willst du dagegen machen die typen abschießen aus der deckung also scheiße wie davor du wartest das spiel nichts dafür wenn keiner kommt optimieren können vielleicht auch zu dritt starten könnte schon gut aber da müssen wir fünf stunden warten sowohl den wagen und das nicht fangen das nicht fahrt das nicht fahrt Ich habe mir jetzt den Weg markiert, jetzt fahren wir richtig. Rush sagt Durchfahren, also dann fahren wir durch. Recht. Fahrer ist da links. Die beiden verkacken es eh, weil die keinen schusssicheren Wagen haben. Die müssen schneller weg, als wir reingefahren sind. Er fährt nach unten. Ist er behindert? Deswegen fährt man bei dem nicht mit. Dumme Nuttenzone, Alter. Mann, der eingegeben ist nicht auf, du musst rechts. Rechts, rechts, rechts. Ich sehe nur hier gerade ein bisschen weniger, ich weiß nicht. Er hat einfach die Autos weg. Hört, mach doch mal Platz hier. Boah, ganz ehrlich, ich gehe jetzt gleich Battlefield spielen. Der auch reinstecken mit dem Ungel in Wasser. Ja, wir fahren mit dem Vollidiot da rein, das habe ich dir schon vor Anfang sagen können, dass der tipp dämlich ist. Das ist Level 22, was willst du da erwarten? Wir hätten es geschafft ne. Irgendwie nicht. Aber er muss ja sterben. Dann rollt der scheiß Wagen im Wasser. Wir hätten es geschafft. Wir hätten es geschafft. Dann steht einer mit in der Schuhe vor mir. Steigst du halt vielleicht bei mir ein und lass den Typ einfach mal voraus fahren. Soll das vielleicht bei uns mit fahren, weil unser Wagen gepanzelt ist. Dann können wir ganz schön nicht rausschießen und alle weggemetzeln. Also das nächste Mal verkacken, dann habe ich die Schnurze. Das kann so einfach gehen. Steig jetzt alle bei mir ein und fahren wir da durch. Ganz einfach. Nur noch kurz zu meinem Wagen, der in die Luft spannt. Ja, da hat er eine steckte bei meinem Wagen einfach ein und so. Ja, super. Super Nego, einen himm den weniger. Die Türe ist weg. Ach Eko. Da war eine Anhängungsmine, ich weiß nicht von wem. Ja, du hättest vielleicht nicht irgendwo gelaufen sollen. Natürlich tu nichts, ich weiß nicht genau. Geht alle von meinem Fahrzeug weg. Ja, der stimmt ja eh nicht, der Typ. Wenn sich einer noch mal selber umbringt. Dann machen wir mal hart hart, okay. Den verfolge ich nach so lange, bis er das Spiel verlässt. Ja. Wow, wo steht denn jetzt mein Fahrzeug? Ja, ganz ehrlich, ja, f*** euch doch, ey. Ich renne da jetzt mit der Handwaffe rein, ihr scheiß mal durch und ich rotz euch jetzt alle weg. Scheiß Kackfraxen, ne. ich habe es doch schon eingefordert ist es in der stadt gespawnt nein du hältst jetzt weg die ist nach unten und gehst auf persönliches fahrzeug anfordern jetzt warst du ja bis das auto kommt und es ist gespawnt wo was renten der so behindert kauft euch die gta es 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 Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.